hallo hier ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für nun donnerstag den 22 7 2021 und die erholung wurde erst mal fortgesetzt die bären haben sich sehr sehr hoch in den baum reinsetzen lassen und ja gucken uns mal ganz kurz an was die erwartungshaltung war die erwartungshaltung war dass der dax ja durchaus schwächlicher zur seite gelaufen ist und gegebenenfalls auch schon um kippen könne zum mittwoch na also das war die 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 grundidee die wir hatten dass er direkt von beginn an anfängt hier rote kerzen nach unten zu stellen und dann durchaus schon mal hier nochmal und das tief drunter stechen kann ja das war auf der unterseite das was wir uns angeguckt haben auf der oberseite hat man gesagt also drüber will ich nicht will eigentlich nicht über 310 ich würde davon ausgehen dass er dann auch in die 460 reingeht das war so man muss schon zugeben aber im start ein bisschen schwierig zu erkennen was er denn eigentlich will also der hat sich da viel mühe gegeben erst auf der unterseite richtig druck reinzubringen also die 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 x-etra start der ging erst mal frontal 100 punkte nach unten dann 150 punkte wieder hoch oder knapp 170 dann wieder 100 punkte stressig nach unten wieder unter die 300 runter also das war nicht ganz so ohne zu erkennen hat aber am ende dann trotzdem dazu geführt dass er dann nach überwinden der 300 hier sein zweites erholungs ziel erreicht hat so die 300 und die 200 das waren die zwei erholungsziele die wir hatten beide sind damit abgearbeitet und der dachs könne jetzt versuchen durchaus schon hier eine drehung reinzukriegen hat er jetzt zum mittwoch nicht getan hätte auch mittwoch schon tun können um fortzusetzen hatte nicht getan hat nach oben gedrückt hat aber ja also so bin bin ein bisschen verhalten von der bewegung her muss ich ganz ehrlich sagen im ergebnis ist aber schon schön hochgekommen das muss man ganz klar sagen aber auch wenn amerikaner ist schon deutlich ruhiger gewesen wie das was da am dienstag zurückkam also da wirklich schon so ein bisschen dynamik abflachung die man im dax so jetzt nicht nehmen kann das ist ungefähr etwa so viel gewesen wie das was er zum montag zum dienstag hier aus korrigiert hat der jetzt zum mittwoch noch mal nachgeschoben haben wir befinden uns jetzt hier in der ersten spannenden rücklaufzone das heißt unser dax hat durchaus das potenzial sich von hier jetzt richtung mittleres band erst mal wieder zurückzulegen das liegt so im bereich um 270 270 bisschen knapp darunter vielleicht je nachdem wann er auch reinkommt das wäre durchaus jetzt ein interessanter anlaufpunkt wenn er denn nach unten versucht sollte er nach oben gehen hätte ich hier in den bereich um 600 noch mal was interessantes liegen da hat er ganz schön lange in der abwärtsbewegung gebremst der hier so dieses 585 600 das wäre das wäre auch noch punkt ihr seht auch hier so eine gleiten durchschnitt der damit klastert und dann eben für die 670 ich hatte glaube ich das gestern auch schon gesagt wenn er aber über 600 mir wäre das zu hoch na also für mich müsste schon in dem bereich jetzt runter drehen wenn er aus der impulsiven bewegung die es ja durchaus war das ging massiv nach unten also das hat auch viele richtig oder überrascht nach unten das sollte man nicht ganz vergessen halt auch wenn der dax jetzt zwei tage gestiegen ist er heißt jetzt zwei tage gerade mal das ausgestiegen was am montag runter gekommen ist das heißt wenn er jetzt zum donnerstag wieder nach unten arbeitet befindet das ist immer noch im wochenminus und steht auch nicht ganz so prall da halt die letzte woche ist unter der range der ganzen tage also ist er ja auch jetzt noch ist unter der range der letzten tage drunter und von daher würde ich das ja hat schön nach oben geklänzt und leute sind sehr euphorisch dass da direkt das allzeithoch wieder kommt aber ich würde es nicht unterschätzen das risiko da bleibe ich bei meiner meinung wie ich die gestern hatte solange wir hier nur rücklauflevel ansteuern wenn der anfängt oben halt auch hier wieder jetzt das rauszuschlagen oder einen v zu machen oder wirklich richtig hart durchzuziehen das ist dann erkennt das ist auch kein v ja was wir sehen das ist sehr korrektiv hier hochgekommen ist er hat das hinten raus ein bisschen aufbeschleunigt in dem moment wo hier über die 30 50 360 drüber gegangen ist aber wird im zweifel halt auch schon noch als flagge durchgehen in dem moment wo unten reist und das unten reißen das glaube ich könnte zum donnerstag durchaus mal antesten indem er hier einfach mal die 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 aufwärtsrendlinie ansteuert halt und die wird hier so in dem bereich liegen 260 bis 280 vielleicht das könnte ich mir gut vorstellen wenn er nach unten arbeitet halt die von oben wird die 360 noch eine unterstützung sollte man sich vielleicht mal mit auf den zettel schreiben die können ein bisschen gegenwehr leisten und ansonsten aber wäre tatsächlich das dann hier der spielraum sollte unser dax sich davon nicht beeindruckt zeigen und vielleicht auch direkt über die 510 weiter oben raus laufen dann wie gesagt die 585 600 auf dem radar haben dass wir noch mal eine anlaufstation auch um sich runter zu drehen aber wie gesagt also da oben also ich kann mir nicht von hier könnte ich mir noch vorstellen dass er vielleicht sogar noch neues tief schafft ja also das ist einfach jetzt von hier ich weiß nicht sind es 61 prozent schon wahrscheinlich noch nicht es werden eher 50 prozent sein die jetzt hochgelaufen ist mal gucken legen wir mal an naja fast 61 prozent bei 5 14 hätte 61 prozent ausgekontert dann hätte auch das gap da oben zu also hat bisher noch 50 prozent der bewegung hier ausgekontert also das ist das ist noch nicht bullig da muss man schon aufpassen auch wenn es wohl ich werkt und unheimlich viele schon unheimlich euphorisch sind das da ist noch risiko im markt und das sollte man jetzt erstmal nicht unterschätzen wenn wir versuchen hier neutral das ding zu analysieren halt na und das versuche ich für euch so gut es geht na so gut es geht so also punkt rücklaufstation angelaufen kann bis dahin da reagieren geht er höher wäre das der bereich sollte die 56 15600 und auch nichts nach unten erwirken die ist auch die ist eigentlich wie die 460 schon ziemlich hart die 460 ist schon ziemlich hart die 15 ist auch mit dem 61 retracement dort ganz schön knack ich also wenn das nicht reicht ja 600 die könnten noch mal nach unten treiben vielleicht von oben dann auf die 450 drauf von 600 auf 450 das wäre auch eine idee aber ich würde fast denken wenn der da hoch geht kommt er auf 450 und dann geht es an die 670 und wenn es die 670 noch nach oben aufklappen dann hat auch also dann hat er wirklich alles rausgenommen was hier unten irgendwie eine technische möglichkeit für einen sich etablierenden abwärtstrend geben würde ja das muss man das muss man dann so ehrlich auch zugestehen ja gut also von daher hier ist jetzt erstmal noch die erholung gewesen es ist das erwartete rücklauf ziehen noch angelaufen worden das sollte uns jetzt auch nicht ganz brutal überrascht haben dass wir sagen boah der war jetzt so brutal stark der ist da jetzt durchgeschossen das ist ja nicht er hat es angelaufen nachdem man den ersten tags erste level angelaufen hat hat das den zweiten tag jetzt das zweite level angelaufen und damit für eine erholung dreiteilig beide stationen abgearbeitet kann durchaus schon reichen vielleicht ein 60er hier wird schon ein bisschen angucken und im rahmen der pressekonferenz ezb würde vielleicht auch noch ein bisschen schwung reinkommen halt von oben die 350 bisschen angucken ansonsten 270 durchaus als ziel mit unten reinziehen und von daher würde ich sagen lassen lassen wir es dabei das sind so die marken die ich mir angucken wir können auch kurz in den tagesschatten gucken das ist nämlich wichtig da haben wir nämlich gestern gesagt er ist unten noch unterm band wenn er zum mittwoch direkt unten treibt dann ist der übertreibung weiter der raum geöffnet die hatte definitiv erst mal ausgebremst ja also übertreibung bestätigt man so nicht ganz klar ja aber auch hier sieht man jetzt das was ich gerade schon schön gesagt habe die 460 ganz nett ich den nämlich schon so ein paar tagesschatten auch einfach drauf halt das sind hier auch im bereich wurde schon immer mal wieder verkauft später wurde dann von da oben gekauft und wenn sich die käufer von hier verziehen dann wäre das ein probates mittel aber auch hier sehen wir aus mittlere bollinger band im tagesschatten liegt um die 15 580 also von daher wir haben hier zwei interessante bereiche die jetzt wirklich auch für short positionierung interessant sind das ist jetzt hier die 460 und da oben die 600 und höhere will ich dann nicht also dann für short nicht mehr dann halt das macht dann eher nach oben wieder chancen auf das heißt wenn er tiefer will dann sind das jetzt seine beiden chancen und die sollte kommen wir sehen aber natürlich auch hier einen höheren tagesschuss wie am montag überhaupt die eröffnung das heißt die wochenkerze ist ab jetzt positiv und das nimmt dann nimmt sich schon ganz schön wo da von der fahrt von der botanee ihr wisst was ich meine butter vom brot hätte ich schon dass man darf es schon als konnte jetzt werden auch wenn es auf zwei tage aufverteilt ist aber so lange da jetzt nichts nach unten anzieht und das heißt so lange jetzt die rücklaufmarken nicht deutlicher anziehen und auch der muss eigentlich auch die 260 dann unterbrechen nicht vielleicht gleich zum donnerstag aber am freitag auf jeden fall wenn er unten weitermachen will na das ist schon zwingende voraussetzung wenn der hier auf dem niveau aus der woche raus geht oder höher also da glaube ich nicht dass die demnächst woche noch mal runtersetzen dann halt na ja sofern oder oder das eigentlich dazu also risiko ist schon noch drin schon doch also auch von der technischen seite nicht von der wunschseite von der technischen seite ist da eindeutig noch risiko drin und das ist das ist schon markant also von 800 der ist aus dem stand einfach mal vom neuen allzeithoch fast 800 punkte runtergepfeffert gekommen und das binnen drei vier tage und jetzt hat er hier zwei punkte gebraucht um 400 punkte davon wieder aufzuarbeiten das ja das gibt auch durchaus noch argumentation auf der unterseite stark zurückgekommen das punkt für die die sagen der geht wieder bis zur allzeit hoch aber für mich persönlich ist es hier jetzt ganz schön knautschig ganz schöne pufferzone amerikaner haben jetzt ausgebremst in der anstiegsdynamik also mal gucken was die ezb da jetzt bringt aber mich nicht wundern wenn der hier jetzt noch mal versucht einzudrehen hat so schöne stelle dafür okay gut dann damit würde ich sagen machen wir hier zu ja dann wünsche ich viel erfolg zum donnerstag denkt dran donnerstag die kennt man kann schon reinwumsen nicht dass da der ein oder andere überrumpelt wird die die drehen auch gerne mal relativ schnell die richtung und ziehen auch völlig völlig lang dann halt also richtig lange bewegung nicht dass der eine oder andere da überfahren wird teilen einer passt ein bisschen auf insbesondere auch wenn da notenbanken jetzt mit ins spiel kommen ich mache jetzt hierzu wünsche euch viel erfolg und dann hören wir uns noch mal für das video für morgen bis dahin tschüss jetzt und wir das